Wir werden bei der Art und Arbeit aus den Jahren 2017 bis aktuell, bis 2024. Schwerpunktmäßig sind es großformatige Collagen in Mischtechnik. Ein paar ganz normale, angemalte Roache sind auch mit dabei. Aber ich sage nur die drei Mengen. Bei den Collagen handelt es sich tatsächlich um echte Collagen, weil die Frage immer wieder aufkommt, ist das jetzt digitale Arbeit oder ist das jetzt traditionell. Das ist eigentlich mehr traditionell als digital. Digital ist eigentlich nur der Anfang, wenn ich die Vorlagen dann entsprechend bearbeite, skalieren, kolorieren, Raster-Effekte, Filter drauflegen. Der Rest passiert dann allerdings ganz traditionell mit Schere, Klebstoff und ein bisschen Farbe dann noch. Wenn das alles klebt ist, wird es dann von mir mit Roache-Farbe, mit Aquarell-Schriften usw. weiter bearbeitet. Damit das Ganze ein homogenes Ergebnis abgibt, kommen immer wieder Zwischenverriss-Schritte, bei denen ich das Ganze mit Matt-Medium fixiere, um dann quasi eine einheitliche Oberfläche zu erzeugen, damit es nicht so an der eigenen Stelle glänzt oder an der anderen Stelle mit Matt-Wissen oder so hat. Also sieht alles immer so schön wie aus einem Wurst aus. Deswegen wirken die auch insgesamt relativ homogen und nicht so klassisch Collage-mäßig, wie man das von Collage normalerweise kennt. Aber vom technischen jetzt mal zum inhaltlichen. Ich glaube, ich werde jetzt einen Text vorlesen, den es im Prinzip schon auf der Webseite von der Sarah gibt, in ein bisschen abgewandter Form, also ich trage das jetzt mal vorher. Schöne neue Extrawelten. Während Homo sapiens die von ihm bewohnte, einzigartige Welt allmählich zugrunde richtet, träumen die Anhänger des Transhumanismus von einer nicht allzuförmenden Zukunft, in der der Mensch zu neuen Welten fern der Razzinen reisen wird, in die sie besieren wird, oder aber auch in seinen virtuellen Realitäten, in der totalen Simulation abtauben wird. Ich kann auch ein bisschen was dazu sagen, warum die Bilder so aussehen, wie sie aussehen, aber man könnte jetzt natürlich irgendwie munkeln, naja, so richtig in Zukunft hat es ja nichts zu tun. Es ist tatsächlich so, wenn das eintritt, was die Transhumanisten hier uns prophezeien, nämlich die Superintelligenz, die Verschmelzung von Mensch und Maschine, Kurzweil nennt das gerne, Singularität und Stimitual-Maschinen, wenn dann quasi die Maschinen der Gewissheit entwickelt haben werden, dann werden alle Entwicklungen dermaßen abartig an Geschwindigkeit aufnehmen, dass es sowieso absolut unmöglich ist, irgendeine Vorhersage zu treffen, die jetzt in irgendeiner realistischen oder konkreten Form bis zukünftig geschildern kann. Ergo darf das ruhig so aussehen, wie es aussieht, nämlich ein bisschen naiv in der ersten Wirkung, weil alle Vorhersagen werden genauso naiv erscheinen an irgendwann mal in der Rückschau. Deswegen kann man im Prinzip auch gleich sagen, halte ich mich gar nicht dran. Ich ziehe deswegen auch eher so meine Inspiration aus Comics, aus Techno-Flyern, aus Steampunk und ähnlichen Sachen, die jetzt nicht unbedingt wissenschaftlich fundiert sind, nennen wir es mal, sondern eher in der Trivial-Kultur angesiedelt sind. Aber das scheint ein Thema genauso angemessen, wie wenn man jetzt da streng wissenschaftlich versuchen würde, irgendeine Vorhersage zu treffen, was da in fünf Jahren sein wird, weil es de facto einfach mehr möglich sein wird. Also da bin ich mir auch zu. Das ist der halt den Konsens zwischen wir und den Transhumanisten sozusagen. Da stimme ich zu. Bei einem anderen muss ich, muss man natürlich sagen, auch wenn es jetzt hier keine wirklichen Antworten auf die Fragen, wie jetzt die so gut aussehen wird, klar ist auf jeden Fall, den Optimismus eines Transhumanisten teile ich ganz offenbar nicht. Also ab und wie alle Pessimisten hoffe ich ja, dass die Optimisten recht haben. Deswegen, toll, 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 vielleicht wird das noch nicht. Okay, ich glaube das war's. Applaus 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 Applaus